Kommen Sie mal, Fräulein. Bei uns ist Jubel, Trubel leider kein. Wenn Sie nicht mitmachen, entgeht Ihnen was. Ich habe ein paar Pfund Kotelette im Bar. Außerdem will jemand vor Sehnsucht sterben nach Ihnen. Mein Kompagnon. Retten Sie ihm das Leben. Den braucht er doch noch für seinen kleinen Strumpfhandel.